Okay, da wären wir wieder. Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hi beim Madroid. Ich hänge da direkt noch ein paar dran. Ich fühle mich heute ein bisschen in Geberlaune aus dem neues Jahr und so. Äh. Es ist geil. Also, ich weiß es nicht, was das für ein Talent ist. Aber das kannst du niemandem erzählen. Denn der Entwickler muss ein Gott darin gewesen sein, zu wissen, dass wenn du einen Sprung verhunzt, dass genau da unten dann ein Gegner steht, dass du auf seinen Scheißschädel landest und damit du Damage nimmst. Wie gerade eben schon wieder. Das kann's doch nicht sein. Ja, 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 ja. Moment. Wir müssen da hoch. Ich gehe oben rum. Ich wünsche dir, ich werde nicht oben rum. Oh Gott. Es tut mir leid, was ich über Missile-Container gesagt habe. Die sind sehr, sehr wichtig. Und ich sehe es ja hier. Ich kann gerade immer 10 Super- Wobei 10 Super-Missile vermutlich schon viel da. Ah. Damage ausrichten. Aber die sind halt dann Rad so fahrt so weg. Und das ist dann auch nicht so geil. Wobei 10 Super-Missile vermutlich schon. Hm. 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 ja perfekt halt einfach perfekt sobald und knopf los das ist dieses stück scheiße aus seiner range raus unfassbar absolute absolute entwickler technische meisterleistung hier nix du kommst mir gerade recht oder auch nicht oder auch doch ja jetzt jetzt muss man halt lebensenergie geben weil amma ist genug na gut dass das soll uns ja nicht stören da waren wir vorhin also was heißt vorhin im letzten part für euch ich war da vorhin das kann uns ja egal sein solange wir da unten weiterkommen alles gut ich hasse es nur langsam tierischen im spiel dass du irgendwo hingehst und dann jetzt hast du schon supermissiles ja jetzt jetzt scheiß mal alles erstmal hier mit dingens voll mit powerbomben immerhin ich sollte aufhören die die laternen kaputt zu schießen das ist oh 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 In die Drecksfresse! Okay, Moment. Wir können hier geradeaus, dann werden wir... Wo wir schon mal waren. Das klingt nach einem Deal. Ja. Aber es ist sogar eine Speicherstation. Wenn ich hier wieder zurückkomme, soll es mir recht sein. Weil da hinten sehe ich bei der Speicherstation... Dadurch, dass wir jetzt diesen... ...schönen... ...neuen Trick kennen. Oh. Mit dem... ...Mit dem Bombenjump. ...wäre das unter Umständen... ...mein Gott. Naja, wobei... ...wobei, wenn ich hier... ...ja, gut, ich muss ja doch noch irgendwie wieder hinkommen... ...ohne, dass ich weit raufgehe. Wird schon gehen. Was haben wir hier Schönes? Oh! Hey! Yes! Geil! Böser Aua-Bubu-Raum, aber da oben ist Boss. Wir gehen mal da unten hin. Aber hey, immerhin ein Energietank. Also da dachte sich wohl gerade schon jemand so... ...ja, der Raum da, der war eine Scheißidee. Aber hey! Hey! Wo? Komme ich da wieder hoch? Ja, 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 ja. Na, mit Bombensprung auf jeden Fall. Mit Bombensprung geht das. Komm ich? Ja, natürlich komm ich. Gott, ist das nervig. Ich war da niemals dran. Spiel! Mach mich nicht schwach! Was ist das für eine Metallrüstung, wenn es zu an... Schreck-Moment. Äh... 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 Okay. Aua. Zeit, Scheiß aufzudecken hier. Okay, dann sind wir... ...sind wir wieder hier beim Safe-Room. Und jetzt, da ich ja... ...Großmeister des... ...Bombensprungs bin... ...werden wir mal schauen. Jo. Au! Never mind. Wir... ...wir... ...wir... ...wir machen jetzt mal so. Als wäre es so gedacht. Und da haben wir... ...haben wir grünen Scheiß. Und das sind... ...no Returns, ja. Schätze ich mal. Das sind no Returns. Aber... ...sind nach dem Bosskampf dann alles klar. Dann... ...dann weiß dieser Abenteurer nun Bescheid. Na gut. Bisschen wieder was erfahren. Bisschen was gelernt. Kann man sie nicht beschweren, schätze ich. Ich bin gerade überlegen. Will ich da... Ich weiß halt nicht... Naja... Naja... Ich... Ich... Ich guck mal. Ich guck mal. Weil da unten ist ein ganzes blaues Gebiet, wisst ihr. Und... Ich kann mir es ja eigentlich jetzt nicht erlauben und so... So... Komme ich da wieder hoch? Bestimmt, ne? Das wird ein Spaß. Komme ich da wieder hoch? Vielleicht. In anderen Spielen wäre das ja dann Spaß gemeint. Hier jedoch... Äh? Also Moment. Hatte ich hier einen Gegenstand? Ja. Okay. Ich war nur unsicher. Oh no. Äh... Also... Wenn das jetzt hier Wassergebiet ist, ne? Und es scheint so, dass wir da unten dann unter Wasser sind, dann resette ich das Spiel. Ich geh den ganzen Weg nicht nochmal. Wisst ihr was? Ich resette das Spiel jetzt. Leck mich. Nein. Egal was es ist. Es... Es... Es müsste... Es müsste mindestens ein Waffenabgehörbar sein. Und das wird es vermutlich nicht sein. Deswegen... Nein. Einfach nein. Wir gehen jetzt da hoch. Wir gehen da hoch. Ja. Das machen wir jetzt. Also, nach links. Oben halten. Dann kommt der Auerraum. Oben war das Budget für die Tür, alle. Ach, halt der wegen Bus. Okay, warte. Kann ich da nicht theoretisch... Nope. Also, die Schleuse habe ich ganz bestimmt, denke ich, aufgemacht. Da müsste ich ja richtig furchtbar gepennt haben, wenn nicht... Dinge, die einfach nicht funktionieren. Dann, komm, gib mir den Damage. Ich... 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 Ich werde es überleben. Ich werde es schon irgendwie überleben. Oh. Ein bisschen Damage boosten. Tschüss dann. Du bist Licht, ne? Oh je. Okay, ich muss... Ich muss aufpassen. Aber wobei... Ah, naja, ach, das ist okay, das ist okay, ich schau mal da links, äh, ach, das nimmt sich nicht viel, nur den. Was? Ich drück nach rechts, wieso flieg ich nach links? Ich, 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 ach, ich stelle es gar nicht in Frage. Ja, dann nicht, ne, da halt nicht, sind wir halt wieder ein bisschen länger. So. Ist das was? Leck mich doch am Sack. Dann ist es diese komischen Tiere, oh, die komischen Tiere da oben. Okay. Hat er nicht vor ein paar Minuten resetet, weil er einfach keinen Bock auf Wasser hat? Da hast du ein Wasser. Du verfluchtes, mistiges Dreckspiel. Komm schon, bitte. Komm schon, wieso macht sie denn jetzt nicht diesen Moonjump? Ich check's net. Oh Gott. jetzt macht doch ich werde versuchen aus rumzugehen bin ich auf der oberen ebene ja cool chlorgas explodiert natürlich perfekt dann dass es mir stock in die fresse fliegt timing was sogar keine zählen draus stirb doch stirb halt einfach nur lästig nicht gesprungen dankeschön wie viel milliarden schuss wie viel hundert bazillionen schuss brauchst du für so ein ding so und jetzt bin ich hier oben und jetzt werde ich ins loch verhauses gesprungen wow sie ist gesprungen nur um zu erfahren dass ich hier nichts tun kann ich würde ja gern vögelchen jetzt habe ich habe dieses blute dilemma mit wasser ich habe jetzt aus der sinnvoll getötet ich werde oh nein damals den moon jump gemacht jetzt mach doch einfach ich kann doch nicht noch mehr knöpfe noch schneller spammen das jetzt gehen meine finger nicht hier zu niedrig dass das packe ich nicht ich weiß es echt nicht wie ich das machen soll probier das jetzt egal wunderbar 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 so weit so gut hallo das ist nicht dass du mir das zeigt auch wie lieb hat er mir den weg freigemacht auch der sie suchen traf er füge mit das hier weil er weiß dass mit behindert sind und können das noch nicht hilft uns auch ich mag den kriegen wir jetzt was nein doch einen raum voll gegner das ist deine belohnung kannst du alles behalten aber aber sehr sparsam damit schön schön oh mein gott was 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 ist dieser boss wenn wenn schon das hier vor allem ist dann oh mein gott oh shit mir wird gerade ganz schlecht wenn dir das spiel hier sowas zur verfügung stellt das ist kein gutes zeichen das ist überhaupt nicht gut oh magst du es ist es great okay das das ist jetzt das das ist jetzt nicht das ist furchtbar geht du du gut 行 du 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 Das war's für heute. Moin. Oh, oh. Au. Ja, ich habe gerade gar keine Ahnung, was jetzt überhaupt alles passiert. Es ist so viel los. Ja, ja, ich bin bloß rumgeschubst. Cool, cool. Hier, ich komme zu überhaupt nichts mehr. Gib mir doch mal einen Muni. Ja. Ja, cool. Macht so viel Spaß. Wieder nicht gesprungen. Dankeschön. Ganz ehrlich, ich würde fast sagen, es ist nicht machbar. Ja, ich verstehe schon, warum sie es gleich hinten gemacht haben. Entweder du hast 100 Trillionen Raketen, das den instant wegklatscht oder so. Und da hast du ein Zeitfenster von, ihr seht es selber. Das ist ja grausam. Wow. Die normale Raketen bei dem kleinen Crate. Das wäre schön, weil die großen Dicken brauche ich. Okay. 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 Ich treff's halt nicht. Ich treff's halt nicht. Ja, komm, als ob. Als ob. Was für ein unfassbar frustrierend nerviger Puss. Ich treff's halt nicht. Wie oft muss man ihn denn jetzt noch erwischen? Ich treff's halt nicht. Oh mein Gott. Space Jump. Ist das nicht... Ja, das macht viele so viel leichter. Einfach mal so den Space... Ach egal, Nevermind. Nee, Nevermind nicht. Wir gehen da jetzt hin und unter. Können nicht zurück. Ach so. Na denn, auch okay. Egal, erst mal speichern. Das nenne ich doch mal eine gute Folge heute. Einen großen Boss gekillt. Im zweiten Anlauf. Und den Space Jump. Jawoller. Ach, wie schön. Wie schön. Wie schön. Ach, hier ist ein kleines Secret Dingens hier oben. Okay. Seht ihr das hier oben? Aha. Wie gut. Da freut sich doch der Bub. Nicht zu verwechseln. Das ist nur der Space Jump. Das ist nicht die Screw Attack. Das ist nicht das Mächtige davon. Machst du das jetzt wirklich? Ja. Geh doch schnell. Hoffe ich. Hoffe ich. Wenn nicht, dann... Dann geht's halt nicht schnell. Dann... Dann... Entschuldigung. Muss aber sagen, ich glaube, hätten wir die Energietanks jetzt nicht gefunden, dann hätten wir es wieder nicht geschafft. Wir waren jetzt so low beim Ende jetzt von dem Boss. Das war eine extrem knappe Nummer. Na ja, nachdem wir jetzt hier den Space Jump haben, traue ich mich, dass... da unten auch zu erkunden, weil da können wir jetzt springen, salto machen. Und... Ja. Krateria wäre da unten ja auch gleich um die Ecke, also... Ja, machen wir es so. Wie komme ich denn nochmal da runter? Einfach so? Ach, einfach so. Ach, traumhaft. Also, das hilft schon ungemein. Hier. Ich kann ja einfach drauf pfeifen, dass da unten was ist. Das ist so wunderbar. Oh, da ist sogar eine Tür. Oh, okay. Die hat geblinkt. Ist das schlecht? Ist das gut? Wir können hier aber wieder raus. Ja, okay. Okay. Nee. Oh. Ah, Schleuse. Perfekt. Ja. Eugt euch von meiner neuen großartigen Fähigkeit, die mir dieses ganze Gebiet hier am Arsch vorbeigehen lässt. Größtenteils. Der übersteht super Missiles. Habt ihr das gesehen? Das ist Bombe, oder? Jo, noch acht Stück. Nice, nice. Was ist das für eine Folge heute? So viel Progress. Schier unheimlich. Einfach mannschleusentor gefunden. Hm. Ne, wir wollen da rein. Da pimmeln wir jetzt gar nicht so lang rum. Nimm das Spiel. Leck mich. Als würde ich da jetzt hier noch den, den, den... das lasse ich hier benutzen. Ha! Wieso klingt das so? Nach Charakteria, schätze ich, wollen wir ja. Ja, komm, wir gehen so rum. Das sieht ein bisschen einfacher vielleicht aus. Dafür habe ich jetzt gelitten. Dass ich ein bisschen meine Ruhe habe. Wo komme ich denn da rüber? So, wir gehen so rum. Nee, wir gehen jetzt mal. Also, das ist mal so... Das ist okay. Okay, wir gehen jetzt mal nach. man einfach mal ein bisschen erleichtert schuldigung nicht ruhig bin aber das war schon eine gigantische hilfe jetzt wenn einzige sprungpassagen jetzt ganz ehrlich gelinde gesagt am arsch vorbeigehen können ist das schon wundervoll vor allem hat man halt einfach volle kontrolle drüber muss ich nicht mit diesen den den dummen ball sprung machen oder so also im zweifel vielleicht schon noch aber ja das ist halt toll krater also die oberwelt wenn ich mich richtig erinnern das ist ja an der oberfläche genau da ist nämlich hier noch das will ich unbedingt holen den gegenstand da oben gibt noch so viel zu tun hier da oben haben wir noch ein gebiet also nach rechts und da haben wir eine schleuse gehen wir mal hin ich werde jetzt den part einfach mit noch ein bisschen backtracking füllen ich hoffe jetzt nicht böse deswegen werden wir schon ein bisschen was gebacken bekommen und hey dann ist für euch der partnerl einfach bisschen länger wenn er doch zugucken wollte leben gerne wenn ich dann ist das für mich auch vollkommen okay wieso kann ich da oben nicht konnte ich da nicht hin oder wie war das powerbomben wir holen jetzt erstmal da drüben alles gar rechts weil da liegt der gegenstand auf dem weg und über dem schiff oben rechts dann sind wir damit wenigstens durch dann ja dann waren wir doch sehr fleißig alles ob das wird mir jetzt nicht mehr passieren auch moment wir sind so weit sie könnten mein fehler was was ist das da oben ok kriegen wir kriegen wir kriegen ja ja perfekt kann man nie zu viel davon haben von den dingern und nach rechts da unten hat man noch maridia und dann kann ich nämlich hier dann beim nächsten mal einfach schon mal direkt wo standen vor der aufnahme natürlich kann wohin latschen und wir sehen uns dann denke ich wenn ich an den bestimmten ordnern schon bin dann sparen wir uns das was ich vorhaben das wird nicht so geplant aber meinetwegen heute läuft's da ist der okay hier ist der reserve tank was ist der reserve tank den kannst du wenn das der ist wo ich denke ist das wirklich ein tank der sich dann aktiviert wenn deine lebenspunkte los sind bzw leer füllt er dir die hälfte der lebensenergie also ich glaube auch die tanks wieder auf also wenn man sagt man hat jetzt zehn stück glaube ich müsste es dir fünf auffüllen ist aber echt eine weile her ich will jetzt auch kein mister sein es kann sein dass es nicht stimmt aber ich kann mich noch daran erinnern dass er ziemlich gut war aha also irgendwo hier müssen auf jeden fall beziehungsweise irgendwo demnächst hier sollte man wohl schätze ich den den speed booster bekommen können also was hier alles mit dem ding passiert kurz gucken ja gehen wir mal da unten rein wrecked ship war minimal glaube ich nur was zu holen aber nichts mehr von bedeutung ja das ist das einzige also wenn ich wirklich direkt im wasser bin dann da funktioniert das der ist schon leider nicht das ist nicht so schön aber ja 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 da haben wir noch ne tür ja 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 Na 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 Oh Gott, Wasser Angsthaft Ah, wo sind wir jetzt hier? Das ist Maridia Oh nein Gerne erst andere Gebiete vor Maridia Was ist Maridia? Ihr seht's gerade Wasser Wir gehen hoch Wir gehen hier erstmal hoch Ich werde mir's überlegen Wir haben ja hier noch Norfair Können wir noch gucken Dann in aller Ruhe Und so Also Maridia Müsste ich jetzt noch nicht haben Müsste nicht sein Da wäre ich vielleicht für Norfair dann eher oder so Da könnte man mich für begeistern Ja, also ich gehe jetzt erstmal zum Schiff Da wird gespeichert Und dann sind wir gut für heute Zwei ordentliche Parts heute gewesen Ganz saftig und fröh Nö, kann ich weiter vorne auch hoch Ja, Maridia ist nämlich so ein richtiges drecksgebiet das mochte ich schon im richtigen supermethod überhaupt nicht wegen dem wasser na gut aber wie ich sagen sind wir heute durch dankeschön fürs einschalten wir sehen uns beim nächsten mal dann und tschüss